Lacher-Challenge, ja, was soll ich denn machen, Digga? Soll ich hier 50 Jahre lang hocken, Chat? Ist die doof? Easy. Ja, da, drunter. Okay. Hört mir zu. Womit fangen die mit Valorant an? Der stirbt, muss wechseln, ne? Was bist du für ein Rang? Oh, auf meinen Account. Ja, was sonst? Da mit 1 grad. Die Diamond gut? Nee, geht, geht. Ist nicht so schwer, du kriegst du hin, du bist gut. Chat, man kann hier legit nicht rutschen, ich hab nicht so viel Platz. Dann lass erstmal den Fallgeist anfangen. Ja, okay. Spielst du mit Controller, ne? Ja, du auch, oder? Der Fallgeist, aber auch nicht. Oder spielt. Der Xbox. Hey, Chat, wir... Was ist das für... Warte mal, Digga. Ich spiel doch nicht damit. Doch. Kann man den abmachen? Nee. Soll ich denn hier zocken? Na, warte, Mann, du... Nein, 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 nein. Auf den Tisch, die Hände. Na, dann geh halt hinter. Hey, nur mal... Digga, was ist das für ein Controller? Digga, der ist auch noch kaputt. Ja. Junge, wenn man den wegschmeißt, dann gehen die Teile kaputt. Ist das Gaff? Ja, das ist Scufferbird, den kann ich nicht spielen. Okay, ich fang an. Wir brauchen fünf Fallgeist-Wins. Machen wir Pro-Minigame-Wechsel? Ja, wollen wir? Ja. Pro-Minigame, aber dann spiel... Warte mal. Digga, wenn du das Finale spielst, dann verteid ich mich überrasch. Okay, wir machen Pro-Minigame-Wechsel. Okay. Digga, wie sollen wir so fünf Wins schaffen? Easy. Wir können auch pro Runde wechseln. Digga, wie soll ich ausdecken? Hier. Laut. Laut. So laut genug? Der Timer. Willst du ein Timer? Pass auf einen. Du musst wieder machen. Oh nee, hör auf mit deinen Timer-Dingern, Alter. Dann kann ein bisschen dauern. Bist du leise? Du spiel, Digga. Du kannst tatsächlich noch... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Du Gott, Rex-Game. Bitte, Phoebe's Setup kaputt machen. Digga. Ich hab das Game bis heute nicht verstanden. Spiel-Talk. Brauchst du Dings, Opferer? Ja. Stell dir mal vor, ich mach hier um. Ich mach kaputt jetzt. Entspann dich. Nein, nein, ich seh hier nichts. Digga, hörst du meinen Tisch? Der ist stabil. Na, hör auf. Der ist stabil. Mann, Rohat. Ey, Alter. Meine Schuld, dass du das hoch machst. Mann. Ey, ist deine Schuld, ist die doof. Hä? Digga, weißt du, wie das Ritul klitsch? Mann, war ich gerade schuld oder warst du schuld? Digga, du hast dein Ritul umgekippt. Du hast das Ding hochgemacht, deswegen ist es umgekippt. Nee, meine Schuld, Chat. Meine Schuld, sorry. Meine Schuld, Chat. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht hochgehoben. Du hast es so gemacht und deswegen ist es gering. Ja, komm, ich bin hier. Was? Alles gut, ich gewinne so lange. Ich will so lange winnen. Oh, nee. Auf dem Boden alles. Wie scheiße. Ey, Mann. Auf mir, LTV. Fuck, Mann. Mann. Ich weiß nicht, Bruder. Es war nicht mit Absicht, es tut mir leid. Ich war nicht mal schuld. Let's go. Ey, was, die Cam kracht, übertrieben. Ja. Hier. Jetzt haben wir hier so'n... Wie hast du das? Was ist das? Also... Aufgebaut, Alter. Da oben links... Bildschirm. Da ist die Kamera und da ist es... Also ich verstehe das ganz ehrlich. Oh, das reicht. Ach so, das... Ey, du lenkst dich so hart hier drauf. Das musst du doll machen. Das ist kappe. Hör doch... Ey, Digger. Nee, 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 nee. Wenn du mir jetzt wieder die Schuld geben willst... Du hast es gerade gesehen, wie das passiert ist. Digger, sie ist so doof. Sie hebt es nochmal und Red Bull kippt wieder um. Kannst du bitte... Kannst du bitte zählen und kein Handy? Digger, mein Handy, Mann. Ey, wie kann man so doof sein? Ey, Mann. Ich muss zocken, warte. Okay, das war diesmal echt nicht. Hier, gar nicht. Nö. Hört es am Game. Hallo? Kann man hier drauf kommen auf das Ding? Wenn du jetzt auch noch chokst... Ne, ich schwöre, ich verbande. Ich bin nicht schädig. Du hast es so gejinxt. Lass mich die andere Runde jetzt anfangen, komm. Ich glaube, es ist besser, wenn ich hier sitze und du rechts. Nämlich so viel Platz sein. Alter. Chat, wir waren eigentlich davon aus, dass das nicht ganz so lange dauert, dass wir später noch Oma aufnehmen können. Aber, ähm... Der eine im Chat hat das eigentlich auch gerade eben gejinxt mit den Wörtern und so. Warte mal, lass mich mal da sitzen. Nein, nein, lass mal probieren, wie das... Ich bin dick und fit. Aber ich möchte jetzt noch die Runde spielen. Hey! Hey! Ich weiß nicht, warum ich dann doch überhaupt ins Finale kommt. Stimmt. Kann ich das Red Bull bitte so anders machen? Dann ist meinst weg. Komm, mein Chef! Werdet ihr gebannt von den Mods. Dann holt ihr den Bannhammer und dann zack, weg. So ein Ding. Mann, ich krieg immer die Treckspüle, die machen gar keinen Spaß. Lass mich machen. Mann, Digga, was hast du denn für ein Setup? Wie komisch ist dein Setup? Digga, Mikrofon hängt irgendwo und nirgendwo. Dein Bitch. Also, das ist so komisch hier, Digga. No jokes. Warte, Weltrekord. Warte, ist das ein Weltrekord? Alter, mein Ohr ist drauf. Das ist ein Weltrekord. Ja, das war's. Wutches? Arz? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fege! Ich glaub wir sind bis jetzt nur runter geflogen, raus geflogen wegen dir ne? Oh mein Ohr ist taub! Ich so einmal dir so ein Ding in deinem Ding Jetzt schüss in deiner Kante Es ist taub, ich hör nichts Ich kann dir gerne einmal so auf dein Ohr Soll ich machen? Alter Sepp ich küsse dein Herz Ich hör grad alles Sepp ich bin nicht drauf gekommen Oh mein Gott Mach Oh mein Gott ich über alles kling Alter Digga Phoebe bitte Neh mich jetzt an Bitte Digga die Map ist so einfach bitte Okay Digga 5 Wins 5 Wins Digga bitte Phoibus bitte By the way Erfurt ist glaub ich die langweiligste Stadt der Welt Ich glaube mein Dorf Ist cooler als Erfurt Chat Mein Dorf mit 3 Einwohnern ist cooler als Erfurt Niemals doch Kato Niemals doch Kato Doch ja doch wirklich Komm du schaffst das Let's go Let's go Let's go Oh mein Gott Let's go, let's go, let's go Okay, 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 okay Okay auf Lock rüber Auf Lock Sie ist so konzentriert Digga Holy Shit Komm Was sagst du zu Erfurt? Lass mal Plätze drausen Lass mal Plätze drausen Lass mal Plätze drausen gameplay Ich bin korrekt Quatsch im Komm Ich bin krass Im Kuh R bourget Hintergrund Im 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 Ja, aber das war kacke jetzt. 24er. Ey, wir müssen morgen zu Wings, ne? Ja. Wir müssen morgen nach Hamburg. Du musst auch da hin. Ja. Dann müssen wir da sein. Abend. Ja. 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 Das funktioniert nicht. Was? Das funktioniert nicht. Ja. 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 Nein, 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 ich muss ... nein, das kann nicht sein, kann nicht sein, kann nicht sein! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ja ich mache das jetzt jubi danke dir für deine 25 gifte mein bruder herz danke 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 für deinen support ist der beste supporter ja man schaffst du es jetzt danke dir für den pubi danke 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 ich nehme den herz abgeschenkt um ab bitte danke euch Auf ihm muss. Er ist ja da, wann ich gehe weg. Das ist keine gute Unterstützung im Realtalk. Was soll, was soll ich, was soll ich machen? Oh mein Gott. Digga, bitte. Digga, die Ersten sind schon um das Ziel. Du bist legit die Letzte. Gar nicht. Du musst dich nüttern. Ich schaff das noch. Lass los Mann, gib mir den scheiß Controller. Komm, danke dir für deine 10 Gifted. Das Ding ist over. Mamm! Danke dir, Bro. Danke, danke, danke für deine 10 Gifted. Mann, das ist echt kacke. Wirklich jetzt. Wir sind nicht einmal ins dritte Spiel gekommen. Wir Talk 24, ja? Hey Chat, ich hab so ein super Geschenk für Breitenberg. Hm. Und ich weiß nicht, ob ich mein Geschenk trotzdem schenken soll oder es einfach selber behalten soll, wenn ich das selber will. Kann so sein. Du hast selber gesagt, das Geschenk ist scheiße. Nö, Geschenk ist auch scheiße. Hä? Du hast jetzt, also du hast jetzt die Sache gekauft? Hä? Ja. Parfüm? Nee. Ein Parfüm Chat. So ähnlich. Wir sind schon lecker. Einspiel. Na gut. Heute Abend, morgen dabei auf gar keinen Fall. Oh, stimmt. Heimmassage. H-Wo aber, we haben Bock. Wir haben Bock. In Nervd, hm. wenn ihr wüsstet wie breitenberg die einladungen geschrieben hat über whatsapp vorlesen schon das voll witzig so dass durchgelesen ja das fand ich witzig obacht dem glorreichen hof gewidmet sei ein geburtstag von außerordentlichem glanz seine ehrwürdigkeit baron breitenberg lässt ihnen eine einladung zum teilwerden blablabla eine festspeise im saale des blablabla anschließend eine überfahrung in die bar des rausches und des qualms da bin ich weiß nicht mit die exklusiv der gefolgschaft geöffnet wird und letzten endlich beginnt die nacht der sünden mit dem erguss etlicher verbotener getränke im blablabla ich auch nicht mit wurde alle verzichten wir auf übermäßigen übermäßige haramitäten in der ersten hälfte der nacht und anschließend lassen wir es krachen gut gemacht jetzt bin ich dran dass du das durchgelesen hast aber ich finde das witzig so haramitäten und so doch witzig aber ich komme nur zum essen chat wobei die gehen in was hast du gesagt irgendein steakhouse richtig cool ich esse kein fleisch ist das steakhouse so stark naa wäre doch dooflich ich esse doch kein fleisch ich 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 frage mich wie es ist vegetarisch oder vegan zu sein genauso wie irgendwas anderes nein aber du weißt ja nicht was gut schmeckt ich habe doch davor auch fleisch gegessen ja aber also du kannst mir erzählen was du willst hast du schon mal einen satz gefunden was genauso schmeckt wie fleisch bei chicken ist easy lachs ist easy aber so rind und so mag ich eh nicht schwein hä? schwein schwein? ich meine schwein schmeckt mir auch nicht oh ne scheiße das kann ich das kann ich das kann ich das kann ich wirklich das ist so ne komische stille bei dir im raum guck mal easy da ist die kamera hier so kacke also was denkst du dir ne 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 wird zu viel boss hast du nicht die letzte runde gespielt? nein du hast doch gerade eben die erste gespielt echt? ich bin 34 bin jetzt vier jahre vegetarisch gibt es schon gute leckere alternativen echt also alles was mir meine schwester bisher gegeben hat vielleicht habe ich noch nicht so viel rum getestet hat immer also wirklich mal immer so diese chemische daraus geschmeckt versteht ihr was ich meine chat? ich habe noch nie was krass gutes gegessen muss ich ehrlich sagen was den ersatz angeht auf lauf 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 links 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 jetzt springen sie immer so lang jetzt springen sie im sehr gut jetzt springen wir vorwachen hinein Pod Jetzt springen wir los jetzt calming kommen ねぇ les nicht okay okay eine runde noch und dann ist glaube ich finale eine runde an finale und dann haben wir den ersten stream aus nein schreiben die f ach so jetzt ist halt unquill danke chat danke junge das spiel kommt jedes mal du darfst jetzt hier nicht verkacken ich sehe die ganzen subs gar nicht haben wir hier filter die ganze subs chat und ein tippspiel das finale die bus ja dass mich das finale spielen nein warum hast du warum willst du denn ob es nebenbei aufhaben damit sie dich nicht selber sehen nein doch ich aber findest du viel bis schule die findest du mein stuhl was mein stuhl tripex auch mal den sein dein prime hier da lassen sage ich und er rebos du auch so viele tripex primes ja ach du scheiße also bei mir sind alle prime soft ab ich wäre so sauer würdest du jetzt verlieren die sich denn die sie dann für den fritten Wo, 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 wo watch this. Oh my god, oh my god. Okay, Fibus, bitte. Warte, was ist das jetzt echtes Finale? Ja, auch schon. Ich mach nur, wenn das die Rolle ist, diese Hexerrolle machst du. Fibus, vier Leute, bitte. Wenn das die Rolle ist, machst du das, ich mach das nicht. Aber wir dürfen nicht switchen, glaub ich. Doch. Ich hab ein krampften Bein. Mein Bein krampft. Doch nicht. Das ist so easy, ich kann das. Das ist wirklich easy. Das ist easy. Bitte, 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 bitte. Ich geb dir so gehättet. Okay. Mit Wind-Dings, ne? Kannst du das? Ne. Du musst dann durchlaufen. Einfach durchlaufen? Oder weg davon? Ja, wenn das zu dir gleich kommt, dann musst du dann durchlaufen. Also weg. Weg von dem, das darf mich nicht berühren. Durch, durch, durch. Was durch? Durch, Jobtrioma, durchlaufen. Was denn durch? Guck mal. Rechts, rechts, Habibi, da sind doch drei. Ah, hier sind auch drei, okay. Was mach ich jetzt, was ist hier, was mach ich jetzt? Warte, 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 rechts warten, bis das Ding kommt, rüberspringen. Rüberspringen. Jetzt da durchlaufen. Ja, so links. Ja, genau so. Okay, okay. Ist grad russisch geredet? Hä? Alles türkisch? Ey, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Ein Fibus. Fibus, wenn die jetzt weggehen. Wirklich. Das beste Leben. Ich kann das. Fuck. Ja, entspann dich überhaupt. Jetzt durchlaufen. Das tut mir leid, wirklich. Das tut mir leid, Junge. Ne, warum spiel ich denn das dumme Kackfinale auf? Mann. Das ist scheiße. Digga, sie war so überfordert, Digga. Aber ich mach doch hier schon. Fuck, ich hab das. Warum spiel ich das Finale? Fang du mal an. Kacke. Zeig, Spiel. Ne, sie war so überfordert. Ich hab so gesehen, Digga, die... In der Kontrollade. Juuu. Juhu. Juhu. Es ist kalt. Dankeschön für deinen Schreiben. Hast du Feuchtdicher? Ja. Warum? Ist es aufm Klo. Die Feuchtdicher? Mhm. Die sind schon weg. nur welche im schlafzimmer also und 20 ich hoffe du warst vorhin die ganze zeit aber eine dreiviertel stunde oder so auf dem klo irgendwie so nach einer halben stunde gehe ich mal vorbei alles mucksmäuschen stelle ich dachte so was ist denn jetzt los und schon nur dieses ploppen von den dummen schachfiguren die da immer geswitcht werden ich habe gegen viele schach gespielt ich gehe mit meinen haaren ab easy game meine ganzen gifte sind in deinem chat das ist cool ich höre wie wir die gafften sind immer am start danke dir fürs gäbe mann boah hast du gesehen ja mann war clean ne nein 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 das ist ein goldener reifen mehr ja ich hab sie jetzt wir machen wir machen eigentlich fort das ist das 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 blöde maus an pinke jetzt das ist das das ist das 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 auch kacke ich mache die taktik nie wert das ist viel zu risk jetzt die tücher ich glaub auch ich glaub auch äh chat wenn das jetzt alleine zählt zählt das also wenn ich jetzt ein Wind machen würde in der theorie ja komm ich mein wir sitzen jetzt noch zu lang so ne 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 das macht dann auch tisch kaputt ich hab legit angst ich hab diesen standard diese standard ikea platte ist eigentlich nur so ein stück pappe ne das quietscht die ganze zeit wenn du da nur so 1 cm das runter drückst das quietscht die ganze zeit wird die ganzen pappen schichten schon in matsche sind da muss man wirklich nur einmal so machen und das ding ist durch Revier markieren ja 1 Junge das ding ist mein controller ist halt hier kaputt steht jetzt die löscher da da ist grad seine ganze sabber drin in diesen löschern da und ich krieg oh jetzt ruft mich meine mama an Mama ich bin grad am stream äh wenn du süße Deko findest gerne irgendeine Deko die ich irgendwo hin tun kann ok tschüss warum leckt der dein stuff ab ok mach mich nicht ok Mann Junge warum geht ein mensch eigentlich so oft aufs klo das ist der war nein 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 ein profi hallo nice hä und jetzt nicht dass er dein Toilettenpapier klaut ihr müsst wissen ich hab so ein äh klopapierspender wo halt klo papier gestapelt wird da können wir auch so zwei rollen drauf und dann noch eine direkt neben dem Klo wo der gestern da war und heute alle weg da ist jetzt nur noch die letzte drauf wo noch auch so ein bisschen ist und er lässt auch also er ist halt so einer er tut das klopapier nicht ganz aufbrauchen er lässt legit so den letzten Fussel noch dran und denkt dann dass andere das noch benutzen können kasse sowas ne das hatte ich schon früher mit meinem Bruder und so ey das ist der Wahnsinn wohin damit ja ihr seid same es ist so faul man kann doch dann aufstehen und Snicks holen da bin ich weggeräumt ach nö jetzt hab ich das auch äh wieder drei ok ich zeig euch jetzt wie man das nicht mit der Taktik macht sondern die Taktik ist die ganze Zeit in der Mitte zu bleiben denke ich mal ey du musst die Nashörner eigentlich nur du musst sie so analysieren wisst ihr immer ein Auge drauf haben immer bisschen beobachten 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 behauptet die tonetten spielung getätigt das spiel trotzdem wieder das erste spiel dass ich nicht das finale spiel wir brauchen fünf fünf wünscht das ist der wahnsinn gute taktik er kommt weiter kleiner reminder dass eure finger jetzt knacken könnt wenn ihr es noch nicht gemacht habt herr lower bin kennst du nicht das spiel herr lower das sind die such also die google suchen oder so was gesucht wird zum beispiel in xbox controller oder red bull und wenn du red bull einklickst also gewonnen weil ich glaube das wurde öfter gesucht oder macht ihr wieder 24 wenn ihr zwei stunden fertig werdet nee also können wir nicht direkt anhängen weil vor Ort kann ja eh nicht so lange hierbleiben aber wir müssen eh morgen zum breitenbergs geburtstag warum dieses spiel wir kriegen auch immer die gleichen spieler das fuckt mich ab ist heute nicht deine haare gemacht ne heute nicht habt ihr noch nicht mal geföhnt ich hab die luft trocknen lassen deswegen sehen die glaube ich nicht so gut aus hast du einen vlog auf breitenbergs bürste nehmen hier war ich mal ich vlog würde sich lohnen wenn ich da dann mit dem ganzen zeug hinkommen aber ich geh halt nur mit zum essen weil ich gehe ich nicht und party sowieso nicht deswegen würde ich ja nur zum essen dort und halbischen das wird nur welt rekord und meine toilette noch ganz gelassen alter 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 warte mal wie lange brauchst du also hast du hast du einen windgold das ist gar nicht ober das ding ist ober hibos bitte und Ey Marvin, danke dir für deine 10 Gifte, mein Bruderherz. Danke, danke, danke. Euch für eure ganzen Gifte. Ähm. Wir müssen einen Win holen eigentlich. Wir müssen einen Win holen eigentlich. Warum ist der so kaputt? Dass du den in den Mund genommen hast? Nee, war vorher nicht kaputt, ne? Ja, aber du, keine Ahnung. Alles meine Schuld, chat. Ja, wir müssen einen Win. Okay.